Wen heißt du Willkommen? Deine Freunde? Deine Familie? Oder auch Menschen, die aus anderen Ländern fliehen? Menschen, die sexuelle Vielfalt leben? Jugendliche in der Kirche? Und bist du an deinem Arbeitsplatz Willkommen? Willkommen, das Jahresthema des BDKJ in der Diözese Eichstätt. Mach mit! Gestalte Impulse, Aktionen mit deiner Zielgruppe, Vorträge, Gottesdienste, Themenhefte und Arbeitshilfen. Erzähl uns davon! Per E-Mail oder per Post. Am 21. November geht's los, ein ganzes Jahrlein. Der Diözesanverband hält für euch den Kontakt zu den Medien, führt die Themen zusammen und gestaltet die Internetseite. Alle drei Monate gibt es einen neuen Schwerpunkt. Sei dabei! Heiß andere Willkommen! PURPAPRA B Yumpapra Fear Hee 越